für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor den Bildschirmen auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD will wieder einmal über Migrationspolitik sprechen, ob Ausgaben für Integrationsleistungen, Fluchtursachen, Bekämpfung oder Registrierungsverfahren. Im Bundeshaushalt sind die einzelnen Positionen bereits seit Jahren fein säuberlich aufgelistet. Darüber hinaus fasst ein jährlicher Bericht die Maßnahmen des Bundes zur Unterstützung im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten zusammen. Die AfD fühlt sich trotz all der Kostenaufstellungen nicht umfassend informiert. Das ist verständlich, denn ein wichtiger Aspekt wird übersehen oder Ihnen vielmehr unterschlagen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Wert der Migration. Gerne komme ich also Ihrem Anliegen, Ihres Antrages nach und erkläre Ihnen, wie wertvoll Migration ist. Mein Vater kam Mitte der 60er Jahre, wie viele andere Gastarbeiter, nach Deutschland. Deutschland wurde zu einem Einwanderungsland und gleichzeitig für viele zu neuen Heimat. So auch für mich. Als achtjähriges Mädchen reiste ich aus der Türkei zu meinem Vater in das für mich damals noch fremde Land, Deutschland. Mittlerweile ist bereits die vierte Generation der Gastarbeiter herangewachsen. Die Kinder und Enkel sind ein fester Teil der Bevölkerung. Sie leben meist bewusst mit zwei Kulturen in der Bundesrepublik, die offener und vielfältiger geworden ist. Sie gestalten dieses Land auf vielen Ebenen und vielen Bereichen mit. Das ist wertvoll. Die Lebenssituation der Geflüchteten ist natürlich ungleich dramatischer. Fliehen Sie doch vor Krieg, Vertreibung und Klimakatastrophen. Aber auch Geflüchtete gehören zu unserer Gesellschaft und leisten ihren Beitrag. So waren Ende letzten Jahres bereits 345.000 Menschen aus Asylherkunftsländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Viele engagieren sich darüber hinaus für andere. Auch das ist wertvoll. Insgesamt sind Migrantinnen und Migranten übrigens überdurchschnittlich gründungsaktiv. Sie stellen in Deutschland jeden fünften Gründer. Sie schaffen damit viele Arbeitsplätze und leisten einen Beitrag für unsere Wirtschaft. Und auch das ist sehr wertvoll. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem wirtschaftlichen Nutzen ihrer Innovations- und Arbeitskraft dürfen wir Menschen jedoch niemals nur als Kostenfaktor sehen. Wer so denkt, führt ein trauriges Dasein. Wer sich stattdessen zum Wert der Solidarität bekennt, kann seinem Leben Sinn geben. Um es mit den Worten des französischen Philosophen Albert Camus zu sagen, gegen die Absurdität des Lebens hilft nur die menschliche Solidarität. Heute gehören zu unserer Solidargemeinschaft in Deutschland Menschen aus mehr als 150 Nationen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Erfahrungen. Diese Vielfalt und Solidarität ist ein Gewinn für unser Land und macht uns stark. Ich selbst lebe nun seit 50 Jahren hier. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung absolviert, habe mir ein Arbeits- und Privatleben aufgebaut und mich politisch engagiert und gesellschaftlich. Heute bin ich Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Ich bin stolz, mich für unser Land einsetzen zu dürfen. Ich bin auch stolz, Ihnen hier den Wert der Migration näher zu bringen. Und auch wenn Sie das nicht gerne hören wollen, wir demokratischen Kräfte werden nicht aufhören, Sie daran zu erinnern, wie wertvoll eine vielfältige und solidarische Gesellschaft ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.